Liebe Freunde, ich freue mich, euch allen mitteilen zu dürfen, dass sich die AfD-Fraktion für den 20. Deutschen Bundestag konstituiert hat. Sie hat eine Arbeitsordnung verabschiedet und einen Vorstand gewählt, dem ich auch angehören darf. Ich bin gestern Abend zum stellvertretenden Vorsitzenden dieser AfD-Bundestagsfraktion gewählt worden und ich bin immer noch ganz gerührt, ich kann es noch kaum glauben. Ich bin den Abgeordneten sehr, sehr dankbar, den lieben Fraktionskollegen sehr dankbar, dass sie mir dieses Vertrauen ausgesprochen haben und ich werde dieses Vertrauen auch nicht enttäuschen. Wir haben uns auch schon als Vorstand auch getroffen und konstituiert und erstmal die ersten Dinge abgesprochen, aber das werden Sie nie in diesen Videos erfahren, was darin gesprochen wird, weil das logischerweise vertraulich und geheim ist. Also insofern eine sehr vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit, die sich hier abzeichnet. Ich bin auch persönlich ganz begeistert von den neuen Kollegen, die sich eingefunden haben. Wir haben ja ungefähr 25 neue Kollegen in unserer Fraktion, die mit guten Wortbeiträgen sich in der Fraktion gemeldet haben, die einen echt sympathischen, netten, klugen Eindruck machen, die gute Wahlkämpfer sind. Und ich glaube, dass wir mit den Neuen und Alten zusammen eine wunderbare Fraktionsarbeit in diesem Deutschen Bundestag hinlegen werden. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was die potenziellen Regierungsfraktionen so machen. Wir wissen ja, dass Grüne und FDP irgendwie miteinander herumsondieren und dass es ja dann irgendwie zu weiteren Verhandlungen kommen wird. Der Bundestag wird zwar Sitzungen haben, unter anderem eine konstituierende Sitzung am 26. Oktober, aber da passiert noch nicht allzu viel. Da werden die Bundestagspräsidenten und Vizepräsidenten eben gewählt und ansonsten so viel Politik ist da noch nicht. Und in den ersten Sitzungswochen geht es meistens so um Schaufensteranträge, die gestellt werden. Aber auch da haben wir als AfD natürlich auch einiges Inhaltliches auf Lager, sodass wir nicht nur Schaufensteranträge stellen werden, sondern tatsächlich Dinge, die unser Land voranbringen. Ja, und so werden sich jetzt dann die nächsten Wochen gestalten. Viele Abgeordnete fahren jetzt übrigens auch in den Urlaub, dadurch, dass man im Wahlkampf sozusagen nicht konnte. Weiß ich von einigen CDU-Kollegen und auch manchen von uns in der AfD, die sich jetzt mal eine Woche auf Griechenland oder sowas gönnen. Sei es ihnen gegönnt, die haben alle durchgekämpft. Ich persönlich bleibe da, ich bleibe zur Stelle. Ich kriege jetzt demnächst noch ein Briefing vom Vorstandsstab, wie das alles intern so läuft und so weiter. Und werde auch einige Gespräche natürlich noch führen mit entsprechenden Kollegen und werde meinen Aufgaben von Anfang an nachkommen. Das werde ich tun und wir werden uns dann alle bald wieder im Oktober zusammenfinden und hier eben weiter Politik gemeinsam machen. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Wenn es irgendwas gibt, gibt es ein Video und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt eine schöne Zeit. Vielen herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, dass Sie mich gewählt haben, dass Sie die AfD gewählt haben. Und herzlichen Dank nochmal an alle Fraktionskollegen, die zusehen, für die freundliche Stimme bei der stellvertretenden Vorsitzendenwahl. Alles Gute. Tschüss.